Das ist eine ganz normale Stadt. Hier leben die ganz normalen Klotz. Also das bin ich. Okay, können wir noch ein bisschen... Okay, stopp. Eins zurück. Perfekt. Also das bin ich. Das ist ganz eng. Und wegen meiner so offensichtlich sorglosen Erscheinung ahnt ihr es vermutlich schon. Es wird gleich was Schlimmes passieren. Wanda würde nie einfach abhauen, einfach so, bis wir handfeste Beweise haben. Sie wurde entführt. Wanda! Was, wenn wir die nicht finden, müssen wir einfach. Meine Kleine, ich darf sie nicht verlieren. Wir durchsuchen alle Häuser in der Umgebung, bis wir sie finden. Wanda! Was machst du denn? Hast du noch nie einen Krimi gesehen? Okay. Was war dein Plan? Hallo, ich hatte gerade eine Autopanne. Habe ich vielleicht ganz kurz bei Ihnen telefoniert? Hallo, ich bin Pater Schäfer. Ich habe gerade eine tiefe Glaubenskrise. Stopp! Mama! Papa! Mach das nicht so Boomer-mäßig. Nicht irgendwie behilflich sein. Ähm, naja, wir suchen nach Aufnahmegeräten. Was wollen Sie denn damit machen? Für die Kasten. Warten. Unterschätzen Sie nicht, wie sehr wann das Schicksal ganz so ein bisschen nahe geht. Wanda! Was machen Sie denn da? Oh mein Gott! Wir haben alle Geheimnisse. Geheimnisse. Dass jemand anders gerade lüften will. Ja! Und jetzt runter? Ich finde ich aus! Kanata, siehst du was? Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Bis zum nächsten Mal.